Mein liebstes Fortbewegungsmittel. Mein Wohnmobil, weil ich mit dem sehr viele Freiheiten habe, mit der Familie, ferne Länder erkundigen kann. Von daher ist das ein sehr wichtiges Fortbewegungsmittel für mich. Sonst mein Rad, mit dem ich auch zur Arbeit meistens fahre. Und ich bin auch überzeugter Bahnfahrer, weil man in der Bahn ziemlich gut arbeiten kann. Viel besser als in anderen Verkehrsmitteln. Mein erstes Auto war ein kleiner blauer Fiat Panda, so eine Art fahrende Bierkiste, die, wenn ich richtig durchgedrückt habe und wenn der Wind von hinten kam, 130 fuhr. Und mit der ich dann damals in den 90ern maßgeblich von Leipzig nach Dresden, der mit Liebe wegen, gefahren bin. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich zunächst erst mal funktions- und tüchtig, aber auch gleichzeitig sicherlich einen Blick in die Zukunft. Mit Elon Musk würde ich über ein besseres Sound- und Audiosystem in seinem Wagen sprechen, weil das finde ich noch nicht ausreichend gewürdigt, welche große Rolle dort Audio in diesem Wagen spielen könnte. Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe. Da sprechen wir dann wieder über die Fortbewegungsmittel, weil mit dem Flugzeug war mein übrigens erster Flug, den ich irgendwann mit 20 bewältigte, ging nach Neuseeland. Also gleich die größte Destination, weiteste Destination, die denkbar wäre. Mit dem Fahrrad bin ich einmal mit Freunden durch Dänemark komplett gefahren und per Pedis überquere ich gerade die Alten. Und das sind die drei Fortbewegungsmittel, die mir da am liebsten sind und das waren die weitesten Entfernungen dazu. Auf den Mond schießen würde ich Plastik und alle Patente dafür die Plastik herstellen. Bevor ich sterbe, möchte ich Oh, die Liste ist sehr lang. Und eine Menge habe ich auch schon abgearbeitet, wenn man das so sagen darf. Und die ist noch sehr, sehr lang. Und von daher möchte ich da gar nichts herausheben, sondern viel mit Kultur und viel mit Reisen im Zusammenhang. Touri 2 Edition – Inspiration für Meinungsmacherinnen